Ja, das habe ich ja auch nicht gewusst. Hier im Merienda haben wir eine schöne Gartenterrasse im Hintergrund hinter dem Lokal. Da kann man schön in Ruhe Videos aufnehmen oder auch Gespräche führen. Dann muss ich demnächst mal probieren, ob ich mal hier einen Livestream machen kann. Oh, jetzt hört man aber gerade Flugzeuge. Gut, ich bedanke mich erstmal. Hallo für die Aufmerksamkeit. Danke, tschüss.